Schöne 3 Zimmer Wohnung nach Kansanierung. Sehr sehr groß. Treppenhaus ist auch in der Sanierung sehr hell die Wohnung. Schlafzimmer, Morgenssonne, Wohnzimmer oder Zweierwege tauglich oder Dreierwege tauglich. Das ist ja alles möglich. Wir haben gleich am Ende des Flohers, da die haben wir die Garderobe. Wohnungen mit Parkettlaminat ausgestattet. Großen Garderobenbereich. Wir gehen aber erstmal das Zimmer zur Straße ins Kleinsitzimmer. Kleines Zimmer zur Straße. Westseitig heißt Nachmittagssonne ab 15 Uhr circa. Die ganze Ecke der südlichen Innenstadt ist fast komplett saniert. Das werden Sie gleich sehen. Wir werden mal hier ausgucken. Hier muss nochmal der Maler rein. Ansonsten gespachtelte Wände. Neue Kastentüren. Wohnungen mit Laminat. Dreierwege tauglich. Oder schöne Familienwohnungen. Wir haben eine Riesenküche. Das sehen wir gleich. Wir haben eine Wohnküche von 18 Quadratmetern. Sie sehen morgens Sonne. Ich bin schon ein bisschen spät heute. Aber wir haben Sonne. Alles gut. Wir sind schon ein bisschen spät. Das heißt morgens beim Aufstehen in den einen Schlafzimmer gehen wir gleich nochmal rüber. Mit der Sonne aufstehen und ein Käffchen holen. Wir haben den Balkon an der Küche. Aber das sehen wir gleich nochmal. Wir haben mittlere Schlafzimmer. Auch gespachtelte Wände zum Innenhof. Also ganz, ganz ruhig. Morgen. Sie stehen mit der Sonne morgens auf. Das ist dein Traum. Sie stehen mit der Sonne morgens auf. Absolut ruhig. Kleine Einfamilienaussiedlung dahinter. Blick ins Schlafzimmer. Da sieht man noch nie. Die Sonne hier reinscheint auf dem Morgen. Einfach ein Morgen. Jetzt gehen wir zurück in die Küche. Das heißt, wenn Sie morgens auf ein Schlafzimmer kommen und Sie sich hier einen Kaffee, Tee oder was Sie sonst auch immer trinken, und Sie können morgens, wenn die Sonne mal scheint, dieses Jahr haben wir ja keinen Sommer, setzen Sie sich hier schön auf den Sonnenbalkon und bringen diesen dann Kaffee, Tee oder sonstiges. Mit Blick in den Garten. Die Sonne. Jetzt geht es so in die Wohnküche. Da sieht man mal, wie groß die ist. Hier haben wir einen schwarzen Fliesenspiegel. Da unten haben wir einen Weißen. Aber eben einen Traum. Die Küche hatten wir hier rechts. Den Garderobenbereich. Jetzt gehen wir ins dritte Zimmer. Das ist das größte, das ist das Wohnzimmer oder Gemeinschaftszimmer bei einer Zweier-WG. Westseitig das Zimmer. Einmal einen Blick in die sanierte Straße. Fast alles saniert. Einfach noch ein Raum. Jetzt mal nochmal einen Blick in das große Zimmer vom Fenster aus. Jetzt fehlt das größte Zimmer auch noch. Wir haben einen Wannenbad, ein Spass, auch Ostseitig. Das heißt morgens Sonne. Hier ist die Wanne rechts mit Ablage. Daneben die große Dusche. Danach Vorhänge-WC auch mit Ablage. Hier links haben wir den Waschmaschinenanschluss. Waschbecken mit Ablage. Dahinter ist der Handtuchheizkörper. Der Toilettenbereich oder Badbereich geht Richtung Balkon. Wie gesagt, Ostseitig. Richtung Garten im Blick. Hier nochmal ein Blick in das Bad. Hier rechts der Handtuchheizkörper. Da die Ablage. Da links der Duschbereich. Da hinten ist die Wademanne. Da sind wir durch die Wohnung. Drei Zimmer. Eier Weg geht tauglich. Schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Einen tollen Nachmittag. Hier ist es, wenn man in die Sonne reinkommt. Auf morgen. Wie gesagt, die letzten Tage hat es nur geregnet. Euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.